Halli, hallo, hallo schon, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Galec... äh, zu Empyreion Galactic Survival. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Gavax. Jo, hallo, Dotte. Ja, und heute ist es soweit. Wir haben jetzt ein, äh, äh, wie darf man das eigentlich im Let's Play sagen, wenn man ein Server backupt? Jetzt haben wir es gesagt. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier, äh, mal das Safe Game gebackupt. Das heißt, wir nutzen jetzt mal kurz die Zeit und werden jetzt hochfliegen. Wir werden jetzt auch nichts weiter machen, gerade jetzt hier. Falls wir nicht durchkommen, dass wir dann eben, weil dann eben komplett wieder alles weg ist, dass wir dann eben einfach wieder... Das wäre halt ärgerlich. ...einfach wieder zurücksetzen können und wir werden jetzt einfach diesen Part dazu nutzen, da hoch... was heißt den Part dazu nutzen? Wenn es funktioniert, werden wir natürlich wieder zurückfliegen und dann ist alles okay, aber wenn es halt nicht funktioniert, dass wir dann wenigstens das Raumschiff noch haben. Genau. Und ja, aber so richtig im Weltraum dann rumcruisen, das würde ich dann aber erst machen, wenn Rivano auch mit einem Start ist, oder? So, dann steck mal ein. Koffe ich, also mal gucken. Gut. So. Ich bin drin. Anmachen. Wir haben ja, ah, Alter, diese Scheinwerfer, ne? Geil. Unser Haus ist auf einmal weiß. So. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. So, einfach mal, ey. Okay, wir werden sehen. Und steigt diesmal bitte nicht aus. Ja. Ja, genau. Welche Taste war das F, ne? Ja. Ich glaube nicht. Ich würde mal nachfragen. So, guck mal mal. Geh mal ein Steilflug nach oben. Also, bei mir ist es E. Okay, bei mir ist es halt ganz normal F. Okay, wir fliegen, wir heben ab. Oh. Wir haben zum Glück sogar... Oh. Und babam. Ach, guck mal. Ja, wir sind aus der Atmosphäre. Ja. Und wir lassen den Planeten zurück. Und wir sehen hier oben... Sterne. Die unendlichen Wäden. Sau. Geil, da haben sie aber auch ein bisschen was verändert. Guck dir mal das alles an, hier. Dort haben wir... Oh, ja, tatsächlich. Also, wie weit wir jetzt schon vom Planeten weg sind. Krass. So, ähm, was haben wir denn da? Asuinfeld? Richtig. Drehen wir mal gerade. Da hinten haben wir einen Planeten. Oh, das ist sogar ein Asteroidengürtel, ne? Krass. Alter. Wie cool. Aber um den Planeten herum. So. Da hinten. Ach, guck mal, da gibt es sogar Ressourcen. Guck mal. Drück mal auf M. M? Haben wir jetzt in der Umlaufbahn... Na, hier haben wir Ressourcen. Nö, ich habe keine Ressourcen. In der Umlaufbahn. Ach, na, eben, da hinten. Ja, genau. Aber das sind, glaube ich, Planeten, oder? Nein, ja. Und da haben wir... Das? Gucken wir mal gerade. Wir haben jetzt Strom für 135 Minuten. Das sollte lang. Okay, wir haben... Wollen wir mal zu einem anderen Planeten gerade irgendwie nur russchussen? Mal kurz gucken, oder? Ach, guck mal. Ja. Ach, guck mal, das ist doch bloß... Jetzt sieht man es mal richtig. Ja. Es ist eine kleine Kugel, wo man nicht rein kann. Ja. Das sieht aber auch aus wie Schnee. Wahrscheinlich ist das Biom einfach noch nicht fertig. Ach, nee, nee, das sind Wolken. Das ist eine Wolke hier. Ja. Ähm. Ich habe den Eindruck, das ist... Ich gucke... Warte, ich überprüfe mal was. Ich fliege mal auf die andere Seite des Planeten, ob das beim anderen Pole auch so ist. Ihr hattet auch die Vermutung, dass das an den Polen liegt. Wie es ruckelt gerade bei mir. Echt? Okay, bei mir gar nicht. Aber übel. Volle 60 FPS. Jetzt geht es wieder. So. So, jetzt siehst du das schon nicht mehr? Das, äh... Schutzschild? Oder das, äh... Keine Ahnung, Barriere, wie man das nennen möchte. Guck mal, der verformt sich gerade so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Der Planet, ne? Ja, guck mal. Irgendwie... Wollen wir gar nicht irgendwie rumfliegen. Ich habe mich gerade Schwierigkeiten, irgendwie rumzufliegen. Kann es sein, dass man gar nicht unten hinkommt? Der dreht sich mit uns, ne? Irgendwie ja, ne? Habe ich auch den Eindruck. Nee. Nochmal. So cool. Ja. Ja, siehste, da. Siehste? Auf beiden Polen. Hm. Aber was soll das für uns heißen? Ja, dass wir die Kugel nicht erreichen können. Aber warum? Macht das für einen Sinn? Oder es ist genau das, was ich gesagt habe, dass die Kugel, also das ist quasi die, ähm, Welt, nur eine Map ist, die einfach nur langgezogen ist. Einmal drumrum. So wie so ein, wie so ein Toilettenpapier. Hm. Ne? Und dass du deswegen links und rechts vom Toilettenpapier kommst, der auch nicht hin. Da ist ja nix. Und dass sie das deswegen so gemacht haben. Dass der halt nicht eigentlich rund ist. Weißt du? Hm. Schließt? Ja. So. Ich würde sagen, oh, die Sonne kommt hier erstmal an. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Krasse Kacke. Ja. Und die Astroiden, die kann man auch abbauen, oder was, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich möchte hier nicht aussteigen. Ja, dafür gibt es doch den Helm. Ja, irgendwie aber dazu brauchen wir vielleicht auch selber so ein... Achso, wir haben ja auch... Ach, guck mal, hier hast du... Da hast du... Milizium-Asteroid, guck mal. Ich mach gerade hin. Space-Drohne, pass auf, da ist eine Drohne. Aber ein paar Kilometer weg. Da hinten ist der Feuerplanet. Goll. Ja, von der... Wo ist der Feuerplanet? Äh, du drehst dich gerade weg von da. Okay. Da, siehst du? Ach, da unten? Alter! Ist ja mega weit weg. Krass. Okay, Asteroid auf jeden Fall. Oh, hier ist der dicke Planet. Die ist, die ist, oder? Erz-Erz-Gürtel. Sehr geil. Aber mal kurz zum anderen Planet. Ich bin gerade faszinierend, muss ich sagen. Total cool gemacht. Ich war gerade zu einem anderen Planet. Obwohl Empirio jetzt nicht die Mega-Grafik hat, ne? Aber das sieht schon geil aus. Also das... Wobei, du kennst doch auch Space Engineers, oder? Nee, hab ich noch nicht gespielt, aber kenn ich, ja. Ja, weil, ähm... Oh, lol. War da kurz geladen, irgendwas. Wahrscheinlich waren wir hier... Ähm, nee, weil das, ähm... Space Engineers hatte auch ganz lange keine Planeten. Aber du konntest halt auch stückweise die ganzen Schiffe bauen. Ähm, was halt allgemein richtig cool war, was du so alles machen konntest. Ähm... Leute, ist das ein Steinplanet? Hey, guck mal. Wird nur aus Steinwüste. Und, ähm, jetzt haben sie aber auch seit längerer Zeit schon auch Planeten drin. Man kann auch von Planet zu Planet fliegen. Und die sind zufallsgeneriert. Aber das hast du gar nicht, das Spiel. Nee. Tag! Ja, weil das Ding ist, ich hab keinen zu zocken, damit mir das zocken will. Deswegen hab ich mir das auch nie geholt. Aber das ist so ein Spiel, wo man nicht alleine spielen kann. Also, finde ich, das ist nix von alleine spielen. Das war ein bisschen langweilig. So. Ähm, jetzt... Jetzt kommt der große Moment. Ja, ja, genau. Weiß gar nicht. Äh, ich, ähm... Jetzt... Ich merke, Rivanu... Rivanu, äh, Rivanu ist euch schon. Gabax, der hat Respekt gerade. Oh, jetzt kann ich hier etwas faire. Kann man da einfach so... Ich war extra langsam. Ja, wollte ich gerade sagen. Obwohl, ich hab schon in anderen Videos gesehen, die sind da einfach durchgebrecht. Baff! Waren sie drin. Ja, aber das haben wir ja auch schon letztes Mal gemacht. Irgendwann, was heißt letztes Mal? Das ist ein bisschen länger her. Da hat es dann uns zerrissen. Oh, jetzt... Jetzt fängt es an zu beben. Ja. Oh, 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 oh. Ah, guck dir das an! Alter! Krass! Ja, und das haben wir das letzte Mal zu Schild. Alter! Deswegen, ich hab jetzt extra die Geschwindigkeit gedrosselt, damit wir langsam runtergehen. Ja, geht jetzt Energie irgendwo runter? Nee. Nein. Oh. Und? Das ist gerade... Ah! Ah, wir sind drin! Wir sind drauf! Ja! Es hat funktioniert, Leute! Wir sind... Oh, cool! Wir leben noch! So! Oh! Oh, hab ich dich gerade erschreckt! Das war diese grüne... Was auch immer, wofür die ist. Oh, pff! So, ähm... Ja, jetzt müssen wir gerade gucken, wo wir nach Hause kommen. Wo ist denn unsere... Kannst du mal gerade gucken? Ja, bin gerade auf. Ja, ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Oh, du musst, ähm... Ein klein wenig nach... Wo sind wir denn? Ja, das frag ich dich. Äh, ich frag mich gerade, wo wir sind, meine ich jetzt. Aber warte mal, ich glaube, du fliegst genau richtig. Ja, flieg einfach geradeaus weiter. Okay, perfekt. Genau, so musst du weiter fliegen. Haut das hin. Ja, vielleicht noch ein ganz kleines bisschen nach rechts. Ja, genau, so ist es gut. Fliegen wir genau drauf zu. Super. Ja, aber wir fliegen gerade in die Nacht hinein. Heißt, bei uns ist mal wieder dunkel. Wobei, ähm... Wollen wir auch noch Silenzium wieder, ne? Ah, ich hab Magnesium-Lager entdeckt. Das ist nicht toll. Obisch, dass du das nicht mitentdeckt hast, ne? Hm, naja. Deine XP. Echt gibt's da für XP? Keine Ahnung. Ach, hier, pass auf. Wollen wir nicht schnell mal kurz Silenzium noch mitnehmen? Wollen wir schon mal hier vorbeifliegen? Kann man machen. Hast du denn, äh, ein Terrain-Dings damit? Ja, ja, alles mit. Aber ich weiß nicht, ob ich Munition dafür hab. Ja, zur Not hab ich dabei. Ja, verdammt, laden noch vier Stück. Wo? Oh, das ist... Kann das sein, dass das eins ist, was wir noch nicht benutzt haben? Ne. Also, ja. Oh, da sind mir gerade Pflanzen. Ja. Wie man wieder nicht trifft. Na? Doch, getroffen. Nochmal getroffen. Getroffen. Geht aber ganz schön gut aus. Wo? Was hält denn das aus? Boah, ich geh nicht. Ach cool, warte mal. Ziehen wir noch ein bisschen beieinander links. Ich hab hier ein Visier. Vielleicht geht das. Ein bisschen nach links noch. Jetzt schieß. Ja. Ne, weiter da hoch. Weiter nach oben. Jetzt wieder nach rechts. Ja, ich seh's. Jetzt, jetzt, ich schieß mal. Ne, hab nicht gebrochen. Jetzt ist es tot. So. Landen wir mal. Oh, ist so hart. Boah, das Problem ist... Was ist das Problem? Dass ich immer unter dem Ding rauskomme. Hm. So. Ähm. Wahnsinn. Wo ist jetzt das Silizium? Ja, hier unten wahrscheinlich. Unter uns. Ach ja, na. Unter uns. Müssten wir ja erst mal buddeln. Ich mein, wenn wir hier schon vorbeifegen, macht es ja auch Sinn, wenn er das vielleicht mal zugeht. Ja. Ich merke gerade, mein Sound ist so laut. Echt? Was hast du gesagt? Ich versteh dich nicht. Nein, Quatsch. Ja, dass man dich dann nicht mehr versteht, weißt du? Das ist ja auch doof. Das, äh, ja. Ansonsten, ich laber ja je nur scheiße. Verdacht. Ich hab' nicht zu gesagt. Ach, das ist schon silizium hier. Echt? Ja. Ich hab' doch, du bist blau. Nee, das ist, äh, Prometium ist blau. Guck mal, jetzt baulich. Was weiß geratene oder weiß-gräuliche. Das ist Silizium. Nur wieder aufpassen, dass wir hier auch gleich rauskommen. Ja, den Weg bauen wir uns dann schon wieder. Wir heißen ja nicht, ähm... Gut. Rewarnung. Obbuddeln so lange, bis wir keine Munition haben und merken dann, dass wir tief im Loch sitzen. Ja, nicht. Warte mal. Frenst du dich graben? Bitte? Du kannst dir nicht graben, hast du mir gesagt. Echt? Hat er das? Mhm. Das? Du kannst doch graben. Ja, weil ich dich auf deinen Arsch gezielt hab. Ach so. Ja, den kannst du wirklich nicht graben. Oha, graben. Aber du bist doch ne Frau. Ja, aber... Warum kann ich denn dich nicht eingraben? Das, äh... Gabaxi. Und nicht, äh... Gabaxi. Äh... Keine Ahnung. Gabaxi, nicht Gabaxi. Aha. Ja, das ist dann wieder das Problem. Gabaxi. Zwar kannst du schön ne Frau dann auf den Arsch gucken, wenn du mit ne Frau spielst. Aber... Ja. Die anderen Kerle stehen halt auch auf Ersch. Wow. Oha, ne Pflanze. Ne Pflanze. Ich frag mich grad, sind wir jetzt überhaupt im Silizium? Ach so, genau. Im genauen Siliziumlager bin ich grad. Ich hab doch... Also ich hab das... Boah, noch einer. Ich hab das Gefühl, die sind irgendwie ein bisschen stärker geworden, die Pflanzen. Also, halten mehr aus. Puh. So, bist du durch? Was? Ich würd jetzt gerne wieder losfliegen. Reicht erstmal? Ach, es reicht? Ja, hallo. Was haben wir denn mitgenommen jetzt hier? Ich hab jetzt... Äh... 41 und du? 151. Ja, siehste. So, also raus hier. Bin draußen. Boah, bin doch nicht draußen. Bin draußen. Ja, warte, ich hab hier noch Siliziumlager. Was ich sammeln kann. So, ich sollte vielleicht auch mal ein Jetpack anmachen. Geld. Das wäre clever. Das wäre schlau. So. Ab zum Schiff. Gravel, gravel. So. Schumme. Schumme. So. So ausrichten. Ja, genau. Stopp. Und da, genau dahin. Über den Berg. Über den Berg. Oh ja, ich kenn den Berg, genau. Ich kenn den Planeten schon wie meine Westentasche. Hast du eine große Westentasche? Westentasche. Guck mal. Basis. Basisbar. B.A. Für. Basis. Ich liebe es, wenn dein Planen funktionieren. Ja. So. Siehst du, da wäre es jetzt schön, wenn noch das Pad beleuchtet wäre. Dann könnte man noch richtig schön... Stimmt, das wollte ich noch machen. Hast recht. Moment. Das Pad. Das Land mit Pad. Oh, ich seh nämlich gerade fast gar nichts hier. Stehst du schon? Boah. Runter. So, jetzt. Boah. Ja, ich komm mal unter dem Raumschiff raus. Das ist total unangenehm, muss ich sagen. Okay, warum? Weil du denkst, dass du dann platt gewalzt wirst, oder was? Nee. Weil ich auch noch im Raumschiff rauskomme. Nee. Okay, dann würde ich sagen... ...bauen wir ein paar Lichter. Gut, dann brauchen wir das Backup nicht nutzen. Juhu. Lichter! Ja, das ist sehr geil, dass es funktioniert hat. Lichter, lichter. Nee, das war dein Plan, funktioniert. So, ich würde aber auch sagen, dass wir... Silizium draußen reinpacken, nicht vergessen. Ach so, ja. So, äh... Und... Huch. Warte, lass mich kurz ran. Oder du kannst ja schon mal... Ja, ja, kannst ran. Hast, ja. Hast, ja, kannst, was? Hast du es erkannt, oder? Genau, ich hab's erkannt. So, ähm, ich wollte jetzt das Raumschiff nochmal erweitern. Ich wollte nämlich, äh, noch einen Sauerstoff, äh, Tank dranpacken und einen Station. Ich, welches Licht bauen wir denn? Aber wenn wir auf einen Planeten kommen, wo kein Sauerstoff ist, brauchen wir das. Ich würde sagen, wir nehmen die... Warte mal, wie sieht denn die aus? Soll ich... Kannst du mal ganz kurz zu mir kommen, bitte? Wärst du nochmal ganz kurz so nett, weil du bist ja jetzt schon rausgekommen. Gleich. Kurz was gucken. Okay. Ja, mach mal das so. Bauen wir die hier ab. Äh, da drehen. Obwohl, du warst ja schon auf der Brücke, ne? Und da siehst du, hast du doch oben bestimmt die Lampe gesehen. Soll ich die auch da draußen hinbauen? Was für eine Lampe? Die Runden. Diese kleinen, ne? Ne, das ist so eine große Runde. Ja, warum nicht? Okay, da baue ich ja nämlich ein paar hin. Ansonsten gibt es ja halt noch die kleinen, aber ich weiß nicht. Warum, warum, warum die kleinen, wenn es so groß geht, ey. Brauche ich das denn? Ich baue mal. Ich baue mal. Da müssen mein Jetpack schon wieder aus. So. Oh, super. Oh, super. Hat super funktioniert. Super. Metallkomponente. Echt? Ganz toll. Hat nicht funktioniert, oder was? Richtig. Ja, toll. Soll ich machen mal wieder was essen hier? Aber wir können es ja mal testen, wie das dann aussieht. Wenn ich jetzt die Lampe so hinbaue, da draußen. BTF, man kann auch Aloe Vera Keime auf ein Capital Raumschiff stellen, ne? Also du kannst auf den Raumschiffen Nahrung anbauen. Okay. Schon geil. Hat schon was. Ja, vielleicht sind wir ja irgendwann mal so weit, dass wir das Raumschiff so weit vergrößern, dass wir da vielleicht auch so eine kleine Station drauf bauen können oder so. Ja, also wir haben ja jetzt momentan einen Small Weasel und man kann halt auch Capital Weasels bauen. Und ich glaube, man kann sogar im All auch eine Base bauen. Also quasi eine Space Station oder sowas. Also ja, habe ich auf jeden Fall schon gesehen, dass das Leute gebaut haben. So. Jetzt haben wir das Teil hier. Wollte ich ihn jetzt gerade? Irgendwas wollte ich gerade. Ja, das klingt doch schon mal scharf. Was klingt scharf? Klingt scharf. So eine Station draußen in den Bögen. Achso, ja, natürlich. Wer braucht denn nur Station? Alles, was ich sage, klingt scharf. Was? Hat jetzt gar nicht arrogant geklungen, aber okay. Nein. So, ja, aber wir sind schon wieder am Ende. Ja. Wieder traurig. Aber ich bin echt glücklich, dass wir das jetzt mit dem Raumschiff, dass das funktioniert, dass wir das jetzt auch hingekriegt haben. Das eine mal... aufladen, oder? Da. Okay. Mal. Nämlich aus unerfindlichen Gründen keinen Sauerstoff mehr. Mein Wehen. Ja, Onkel. War ich dran oder was? Ja. Mal hingekrieg, ich vergesse das immer. Okay, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall mal bei Gabax rum. Und... Ja, wir hatten auch viele schöne andere Let's Plays und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Eberion und bis dahin. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao.